Auf geht's. Aber Chat haut mal gerne raus oder geschnetzelt ist, du bist ja gerade da. Hau gerne mal raus, wie das mit dem Sound so ist. Ob man den Lanza gut versteht und ob man mich gut versteht, wenn hier auch gequieselt ist und so. Oder ob ich irgendwas lauter, leiser machen soll. Ich hab das Game jetzt gerade das erste Mal gestartet. Also die Beta hab ich eingestellt, aber man muss ja den zählen, neuen zählen und jetzt ist natürlich die Einstellung weg. Sound ist perfekt, sehr gut. Geh einfach bei empfohlene Gegenstände und dann kaufst du den Dekima, den grünen Juwel. Grüne Dekima Juwel, Standhaftigkeit. Und dann baust du noch den vierten Trank, den roten. Also die 50er Pots sind für einmal trinken und die anderen haben zwei Aufladungen. Oha, macht der viel weniger Schaden jetzt hier. Wollen wir mal. Hä, der drückelt immer noch, wie scheiße. Ja, es hat mich jetzt aber auch auf einmal irgendwie 10 Meter wieder nach hinten geworfen. Also ich glaube, das ist sehr was vom Server. Ja gut, die spielen heute alle, ne? Ja, ja. Ich komm direkt mal auf die Mitte. Jo, gerne. Oh, der, oh. Ich mach den mal um, den Boy. Knock up. Dankeschön. Ja, Wolloy. Easy Quease. Jetzt geh ich direkt nach links. Aber hier ist noch ein Mana-Buff für mich. Also den Reise-Modus, den Dreidel-Modus finde ich nach wie vor cool. Ich weiß, ob die jetzt hier ein Ward haben. Ein Mann kein Ward. Nein, bisher nicht. Äh, Dark and Carry, Dark and Carry. Alter, warum macht der nix? Kill ihn doch. Der bleibt einfach stehen und lässt mich hier die Leute killen. Was ist denn hier los? Boah, die ehem ist sich mir eigentlich auch... Das war bei Fault geil. Du konntest bei jedem Helden die Fähigkeiten umstellen, wie du sie haben wolltest. Und hier ist es nur global. Jedes Game hat was Gutes und was Schlechtes, ne? Hoffentlich machen sie am Ende alle was richtig. Auch besser wäre, wenn sie sich am Ende des Tages alle zusammensetzen und das Beste aus allen Spielen zusammenwerfen würde. Ja. Was meine... Ich finde, die Grafik ist schlechter geworden, habe ich das Gefühl. Hat mir... Sei im letzten Test irgendwie? Vielleicht haben sie nochmal was reduziert. Ähm, das hier baue ich. Enemy Double Kill höre ich nicht gerne. Boah, guck dir deren Leben an. Aber ich gebe dir einen Tipp, Lanza. Also auch wenn du Pred nochmal spielen willst, leg dir die Tasten, die du vom Pred gewohnt bist, leg dir die auch in Overprime so hin. Sonst musst du jedes Mal umdenken und denken, hö, hier war es so, da war es so. Es sei denn, du sagst, okay, du spielst jetzt nur noch Overprime oder nur Pred, dann wäre es egal. Boah. Ist auf jeden Fall Schlecht mit dem Farm und dem Last Setten hier. Hawi hat auch kein Mahler und ballert irgendwie auf 10 Kilometer Entfernung mir ins Gesicht. Ich muss unbedingt meine Q-Skillen. Ich habe vergessen, meine Q-Skillen. Man kriegt gar keinen Schaden von den Jungle Minions. Richtig komisch. Wofür mache ich das denn hier? So, jetzt aber. So, jetzt die Q-Skillen. Level 4. Ja, blinkt der raus. Der muss back dann jetzt, ne? Oh, hier ist dann Red Buff noch bei dem im Jungle. Ich finde es cool, dass man hier die Attacken erstens in Bewegung machen kann. Und zweitens finde ich es cool, dass man auch Minions mit den Attacken beeintreten kann. Also Knock-Up oder Knock-Back oder so. Das geht halt alles auch um die Minions. Oh, kriegst du auch die Presse von Hawi? Ich nirg, ich gehe jetzt erstmal weg. Okay. Danke, ich nehme auf. Kannst einfach die empholenden Items kaufen. Hier gibt es keine Autoshock-Funktion, lieber Fett. Dina scheint genervt zu sein, ja. Ey, der hat schon wieder einen Double-Kill gemacht. Die fienden den Carry vom Gegnerübel. Oh, voll gut. Macht man das nicht so? Nee. Bist du da auf der Mitte unterwegs? Ja, wenn du willst, können wir... Ah, ich hab noch nicht Ulti. Willst du, können wir uns den Hawi kurz wegkriegen? Ja, ich krieg hier gerade aufs Maul. Der Kerl ist brutal. Triple Tap! Die verlieren mit zwei Carries gegen den Revenant da. Ich komm mal zum Hawi. Warum ist jetzt unser Carry da? Warum ist keiner auf der linken Wing? Ich geh nach links. Kommt du jetzt nach links? Oh, wie kann man denn hier abweichen? Gar nicht. Oh, hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, ja. Hau ihn um. Ah, Leute, wieso ist'n der schneller als ich? Ich denke an den Reisemodus auch, ne? Ach, stimmt, jo. Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Lass uns gleich mal den, äh, den Prime machen, wenn der da ist. Wenn ich meinen nächsten Smite-Rallye hab, in einer Minute. Geht das so, Rallye? Jo. Das ist ja der Mini-Prime-Noor. Achso. Ups. Oh, nein. Oh, fett Finger, ey. Boah, der Hau ist ja schon Level 6, äh, 7, meine. Ich bin Level 7er. Ey, der killt. Der Revenant macht's ja alle platt. Ähm, komm schon mal zum Prime. Und jetzt sag ich dir mal nen Trick. Drück mal auf den, also mach mal Tab. Äh, nicht, doch, Tab. Und dann klickst du mal mit dem Mauszeiger auf den Prime links. Einfach links, ne, äh, rechtsklick drauf. Rechtsklick. Und dann nix drücken. Was soll ich machen nochmal? Also machst du die Map auf mit Tab. Und dann rechts, dann rechtsklick auf den Prime klicken. Okay. Oh, nice. Den kann ich nicht noch ab. Alter. Was geht ihm los? Ich häng fest. Guck, ich bin schon wieder festgebackt, Alter. Ich hasse dieses Game. Ach, ich bin draus. So. So. Hab ich den jetzt oder du? Ich hab ne Bubble an mir. Ne, du hast. Komm mal, komm mal mit. Ne, komm mal in die Mitte, komm mal in die Mitte. Jetzt zeig ich dir mal was. Da siehst du jetzt den Severok da. Jetzt gehst du mal hin und drückst mal H, wie Heinrich. Und dann kommt so ein Ziel und da machst du auch mal ein Severok drauf. H und dann auf ihn drauf. Das kanalisiert dann. Ah ja, okay. Egal. Okay, wir pushen den Tower. Oh, hier sind noch Minions. Aua, aua. Der Haubitzer. Aua, aua. Oh, hier sind drei Leute, die deppen. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Aber egal. Der Tower hat ein bisschen Damage bekommen. Ist fast kaputt. Ich hab keinen Ward oder so. Oh, ich hab 2k Gold. Ich glaub, ich sollte erstmal weggehen. Ich hab das Gefühl, ich hab wenig Farmen. Oh, da ist ne Sparrow. Oh, die sind bis zu dritt auf der Midlane. Ich hab leider keinen Haltrank mehr. Oh, ja. Sind zu viert hier. Wenn ich von denen, wenn ich über die Bumper laufe, wenn ich dann automatisch mit Travelmode dann losgehe, ne? Ja, ja. Oh, jetzt sind sie zu viert hier. Nein. Ey, ich hab meine Ulti wieder nicht rausbekommen. Aua. Ja, der Revenant rotiert nicht. Mh. War läuft. Oh mein Gott. Aua. Was ist denn hier gut? Tank-Items bauen? Tank-Items wurden genervt, richtig? Ich bau mal Tank-Items hier. Es steht 3 zu 9. Nicht gut. Oh, ich komm rein. Ich komm rein. Aua. Ich bin cool, low. Ja, ich bin cool. Sehr gut. Oh, meine Maus. Alle tot? Ja, war doch mal schön. Severok lebt noch oder wieder. Das war doch mal lecker. Ähm. Lass mal den Raptor machen. Lebst du noch? Ich lebe noch. Noch in der Base. Achso, in der Base. Achso, in der Base. Hallo, Sadness. Kommt hier mal einer? Leute. Warum dauert das so lang? Wo laufen die lang? Die finden den Weg, glaube ich nicht. Äh. Einer muss tanken. Fünnblast. Okay. Da ist schon wieder einer tot. Okay. Haben wir's? Haben wir. Sehr gut. Haben wir. Jetzt nehmen wir jetzt nicht winseln da, oder? Die sind mir vorbeigelaufen, hat mich nicht gesehen. Äh. Ich komme mit der Maske und das und das und das. Ach. Doch nicht. Okay. Ja, der kriegt jetzt alle aufs Maul. Oh mein Gott. Wie konnte der da noch wegkommen? Schade. Jetzt sind ja noch alle full life da hinten jetzt. Das ist nicht gut. Der Reven muss jetzt back in von D. Life. Ach so, die haben. Wie viele Carries haben die denn? Viele. Ne, zwei. Ne, drei. Die spielen mit drei Carries. Ich muss mir ein Carry-Killer-Bild bauen. So, ich sehe jetzt hier. Oh, come on, man. Du hast Bock, oder? Ich hab Bock. Sehr gut. Ich sehe nichts. Aber ich hab Bock. Hallo, Hauwitzer. Alter, ich bin, ich bin geschiebt, Junge. Ich hab da nichts zu langen. Sorry. Oh, wo ist der Boy hin? Okay. Da steht ja noch eine Tower, Leute. LOL. Läh. Läh. So, jetzt kann ich mir hier den Green Buff holen. Und dann probiere ich nochmal den kleinen Prime nochmal zu machen. Vielleicht noch ein bisschen Leben dazu. Ich bin nicht full live. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schaffe. Kann aber noch einen Trank mir reinhauen. Oh, der Revenant kommt mit. Ich bin ein bisschen lost. Oh, shit. Oh, shit. Ich baue hier Hilfe, glaube ich. Ja, wir pushen hier die... Duolane, Offlane? I don't know. Gibt's hier sowas? Was denn? Duolane, Offlane? Duolane, Offlane, ja. Ja. Oh. Krieg ich nicht tot. Fick. Oh. Gibt's sowas von Damage. Gleich hab ich Ulti. Gleich hab ich Ulti. Uuuuh. Er lebt noch. Oh, die Tarot. Oh, fuck. Meinen Leben. Oh, Mörder hat mich guldet. Komm, haut sie um. Haut sie um. Jawoll. Komm, hier. Hier ist der Severok noch. Aber ich geh weg. Mach du mal den Prime. Fang schon mal an. Ich komm gleich, wenn ich aus der Base zurück bin. Alter, schnaufe doch nicht so ins Mikrofon. Oh, fuck. Ja, ich weiß was. Oh, nee. Ich bin nicht bestärkert. Das wir es immer noch nicht gefixt haben, dass man so zurückgesetzt wird. Der Howie ist da. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. Ja, ja. Der sitzt halt oben im Bus. Ja. Der. Wie viel hat der noch? Äh, der Prime oder Howie? Warte, 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 warte. Hau jetzt an. Ja, lass den mal schön hier den Prime machen. Okay. Drauf. Ich habe ja einen Smite. Okay. Tausend. Alles cool. Gleich. Gegen wieder. Da. Ja. Ah, nee. Hier sterbe ich jetzt. Ja. Schade. Wo ist der Sparrow hin? Ah, da hinten. Oh, drei Leute hier. Ich habe keinen Blink oder so eine Scheiße. Nein. Ich wurde geschiebt. Ja, ich bin tot. Scheiße. Drei Leute. Ähm. Ich habe immer noch, ich habe immer noch den Prime sehe ich gerade. Das ist ja wild. Auf dem Weg in die Mitte. Namen könntest du mir eventuell einmal sagen, was sich alles geändert hat? Boah. Da fragst du mich nichts. Also. Du musstest dann mal an die Patch Notes gucken. Oh, fuck. Jetzt kieseln sie mich aber hier. Nein. Das möchte ich nicht. Oh. LOL. Wie du noch lebst. Oh, scheiße. Ich habe Preise im Modul ausgemacht. Ich schaue gleich mal nach, ob das Item noch 20% links hat. Können wir da rein? Der Raptor ist wieder da. Ja. Dann glaube ich doch schon mal hin. Ja. Ich mache den Blue-Buff noch schnell und dann. Ach, Däger. Achso. Ich habe noch den Dings. Den Handlanger. Warte mal. Ich gehe mal schön backdawnen jetzt. Fang du mal den Raptor an. Ja, ist gut. Ich sterbe doch gerne für dich. Ja, mach einfach mal. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob ich den jetzt kriegen kann, das Ding. Achso. Komme ich hier durch? Äh. Ne. Hier komme ich gar nicht durch. Das heißt, ich muss über die Lane gehen. Ich habe hier schon wieder ein paar Witz da. Bitte? Oder ist das Bob vielleicht? Naja. Also das Vieh ist Half-Life und ich auch. Alter, ich werde schon wieder zurückgesetzt hier. Lol, ist das witzig. Ne, ganz. Okay, ganz kaputt kriege ich den in den Pflicht. Au, 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 au. Ich kann nicht ulfen. Okay, ich habe gedacht, ich könnte das Vieh kaputt machen. Also das reflektiert 30%. Ne, 7%. Ne, 7%. Ah. Die Heilung wird verringert. Was gibt denn der Raptor ein? Ob das jetzt noch survival ist, das Item hier? 20% ist halt total krank. Okay. Was kann ich denn sonst noch so bauen? Aufgehobene physische Verteidigung. Hui. Denkst du, denkst du es nicht mehr worth? Ich muss es mal ausprobieren. Lass uns mal in der Mitte-Krise hingehen. Go. Au. Däger. Scheiße, ich bin runtergefallen. So weit wollte ich nicht. Komm, der eine ist tot. So, hallo Murdoch. Boah. 20 Meter nach hinten geboxt. Oh, ich bin festgewurzelt. Aua. Oh, du Lappen. Ja gut. Komm, ich ziehe bitte durch. Ja, komm. Ich bräuchte irgendwie Lifesteal oder so. So, jetzt können wir eine Tower holen. Aber du merkst den Unterschied. Bei, bei Prev ist das so, ey, push die linke Lane, die rechte. Wir pushen jetzt hier, wir machen jetzt da. Und hier ist einfach, ja, oh, wir prüfen uns einfach in der Mitte. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr drauf. Ich gehe mal links noch pushen. Falt her so ein Brawler hier auf den. So, solange hier keiner hinkommt. Scheiße. Mein erster Tod. Schade. Ach du Scheiße. Ich habe keine Cooldowns. Oh nein, der Lappen. Der hat ihren den Arsch gerettet, indem er mich geultet hat. 4.000 Leben auf 20% und 7... Und 7% 800 Schaden zu 280. Ja, das ist echt wenig jetzt. Man ist jetzt ein bisschen länger tot, habe ich das Gefühl. Also, was heißt das Gefühl? Ich weiß es. Wir müssen den Prime warden. Also, man ist auf jeden Fall nicht so lange tot, wie bei, ähm, Pred, glaube ich. Ne, man ist doch nicht so lange tot, wie bei Pred. Aber... Auf jeden Fall länger als vorher, finde ich schon mal ganz gut. Was ich mir wünschen würde, wäre auch, dass die, ähm, die starken Minions, die Siege-Minions, oder die, die Super-Minions, meine ich. Sollen wir nicht Prime, oder jetzt noch einen Pick holen und dann Prime machen? Wo bist denn du? Ähm, ich bin noch links am Mitlaufen. Aber ja, ich bekomme das. Einfach Primer. Ey, ich höre nicht mehr auf zu schlagen. Hallo. Hallo. Das Game ist so verbuggt. Ich habe ja noch einen Smite. Ich hänge schon wieder fest. Ich hänge schon wieder fest. Alter, dieses Game. Ah, jetzt bekomme ich raus. Okay, 950 Smite habe ich. Ey, ich hänge schon wieder fest. Jetzt. Habt ihr die Steck Money von Canter bekommen? Nee. Von Lead Marvel. So, jetzt siehst du. Also, wir haben jetzt einfach gerade einen Inip gekillt. Nur weil wir den Prime gemacht haben. Und wir haben keinen Buff bekommen. Doch, Segen des Wächters. Egal, lass mal hier die D'Aquizum hier. Das ist wieder die Sparrow, die kriegt das Maul. Ja. Jo. Next one. Quizel, 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 Lai. Da bin ich doch gleich dabei. Kill den Murdoch mit mir. Kill den Murdoch die ganze Nacht. Kill den Murdoch mit mir. Uiuiuiui. Weil der Murdoch nicht glücklich macht. LOL. Toll. Einer. Guter, ordentlicher KS hier. Toll. Au, au, au. Ich bin fast geworselt. Ah, fuck. Boah, warum sind denn hier so viele Minions? Oh, hier kommt man nicht. Das ist doch so ein Rotz. Oh, Gott. Oh, da ist Barrow. Oh, okay, ich bin tot. Jo, scheiße. Gut. Was baue ich denn jetzt so? Geschnetzeltes, hau mal raus. Verleiht ein Schild. Achso, es ist ein Spell-Shield. Lifestil. Bauen wir Lifestil, oder? So, wir haben jetzt nochmal den Raptor. Den Heerisch. Physische und magische Verteidigung plus 5%. Vampirismus-Schwert. Was ist das denn? Ich habe hier die Maske. Heißt das so, oder ist es ein Schwert mit Vampirismus? Achso, Vampirismus-Schwert. Hat auch Light. Ja, okay. Ich baue die Maske und dann baue ich das auch noch. Habe ich zweimal Lifestil. Was soll's? YOLO. Jo, hallo, jo. Ich finde aber, die Farben hier, die gefallen mir nicht. Ich fand die Map vorher schöner. Also, es sieht alles so grau aus. So, so gräulich. Wie aus so einem alten, ganz alten Film aus den 30ern. Findest du? Ja. Ich muss sagen, mir gefällt die Maske. Von den Farben? Ach, von den Farben, ja. Achso, hier ist ein Turm. Wo kommt denn der Turm daher? Let's respawn for... Ich habe Scheiße gebaut, ich habe Scheiße gebaut. On the way? Kann ich dir irgendwie helfen? Weiß ich nicht, nicht. Wenn die Maske... Möchten die Maske durch? Was soll das? Ja, ja, sag ich doch. Da geht's. Ja. Ich kann's wieder spawnen. Tolle, kann er rein hier? Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Nein. Wo bin ich denn hingepflicht? Die Maske macht auf Auto-Attack und das Schwert auf Fähigkeiten, Lifestyle. Mhm, ja, aber dann brauchst du einfach beide. Das ist doch okay. Oh, aber noch 2000 Tacken. Beseite, mein Team finisht jetzt. Ihr könntet eigentlich auch rechts hin. Dann geh mal... Lebst du noch? Wie viel... Ja, geh mal in den rechten Ende. Greif den einfach mal an, nur ohne Minions. Mach dir ein Schild mit Q. Genau. Habst du den? Ja. Den 8. Ich hatte ja noch. Boah, jetzt zeigt mal, ob du kannst. Zack, bumm, bang. Nee, du musst warten, bis der Totenkopf da steht. Oh, okay. Wenn der ein Totenkopf an dem ist, das ist bei Pret auch so. Wenn der ein Totenkopf an seinem Charakter ist, dann... Ja, ich bin nicht. Tschüss. Tschüss. I'm out. Nein. Nein. Der Prime kommt bald wieder. Ich find's auch schade, dass es keinen Prime-Dunk mehr gibt. Wenn das Game hier so technisch wäre wie Pret... Das ist so geil. Das ist so geil. Oder wenn Pret so eine Grafik hätte wie das hier. Ähm, ich mach noch... Sollen wir gleich den Prime machen, wenn du wieder lebst? Ich bin schon wieder fest. Weil dann geh ich mal schon mal zum Prime-Pit. Oh, ich dachte, hier kann man durch. Aber kann man natürlich nicht. Wie. So. Wo seh ich denn die Zeit, wenn er wiederkommt? Erdgeist, Feuergeist, Feuergeist. Aha. Kann man zweimal Feuergeist bekommen. Wo seh ich denn, wann der Prime spawnt? Seh ich das außer auf der Map? Ne. Oh, es kommt da. Da kommt da. Macht der Schaden, wenn der spawnt? Ich weiß es nicht. Alter. Hey! Leut! So, erstmal ein Raid auf den Prime hier. Ich häng schon wieder fest. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Oh, die haben wieder Damage bekommen. Da ist ein Howitzer irgendwo. Die gönne ich mir. Ich bin schon wieder geschiebt. Oh, GG. Oh, okay. Ich glaube ja, da standen Minions am Core. Ich dachte, die Minions konnten hier nix. Aber es waren wohl genug. Außerdem waren es ja alles Super-Minions. Waren ja alle in Hips-Down. Soweit ich weiß. 9614. Warum habe ich so viele Assists? GG. Wer hat die meisten, den meisten Hero-Damage? Der Sonic. Natürlich. Weißt du was? Platz 2. Zugefügter Schaden. Schade Schaden. Vielen Dank.